An diesem Bild möchte ich Ihnen mal einige weitere Neuerungen zeigen, und zwar die, die wirklich zählen. Und was zählt, wenn man Bildbearbeitung macht? Natürlich die Performance. Alles muss schnell und flüssig gehen, dann macht es auch Spaß. Und dieses Bild, das ist ziemlich groß, ich zeige Ihnen das mal, ich gehe mal über Image, Image Size, das ist 5400 Pixel hoch. Okay, das ist ein großes Bild. Und natürlich, wenn man jetzt hier bestimmte Operationen durchführt, dann geht das natürlich auf die Hardware. Und das Schöne ist, in Photoshop CS6 Beta wurde jetzt einiges mehr auf die GPU, also auf den Grafikchip, ausgelagert, sodass hier mit deutlich besserer Performance gearbeitet werden kann. Ich zeige Ihnen mal einige Beispiele. Ich dupliziere mal die Ebene und wähle mal das Freitransformieren aus, Edit, Free Transform. Das funktioniert jetzt über die Grafikkarte, wie gesagt. Und probieren Sie das gleiche mal aus mit einer ähnlich großen Datei in Photoshop CS5 und früheren Versionen. Wenn Sie dann hier dran ziehen, dann dauert es immer ein bisschen, bis das Ganze aktualisiert wird. Sie sehen hier, mache ich so, und es ist sofort an der Stelle zu sehen. Also da gibt es keine Verzögerung. Und das Schöne ist, man sieht hier oben auch gleichzeitig ein weiteres OpenGL-Feature, also ein Grafikkarten-Feature. Ich sehe direkt die Daten, also die Größe dieses Rahmens, den ich hier transformiere, oben rechts in der Ecke eingeblendet. Das kann man in den Voreinstellungen auch einstellen, wo man das sehen möchte, aber das ist natürlich eine praktische Geschichte. Noch viel praktischer für Retuscheure wird folgende Option sein, und zwar das Verflüssigen. Ich gehe mal rein in den Filter, Filter Liquify, und ja, auch der ist jetzt Grafikkarten unterstützt, und ich kann hier zum Beispiel die Pinselgröße einfach ändern, indem ich klicke und ziehe im Bild mit gehaltener Control- und Alt-Taste, so wie ich es aus den normalen Pinselspitzen gewohnt bin. Und das Schöne ist, ich habe hier ganz andere Pinselgrößen. Also Sie sehen, ich bin hier schon bei 1700 Pixeln, viel mehr war in den früheren Versionen nicht möglich. Jetzt in der Beta können Sie diese hochziehen bis unglaubliche 15.000 Pixel, das heißt, der Pinsel ist jetzt dreimal so groß wie das Bild. Aber jetzt kann ich ins Bild klicken und ziehen, und Sie sehen trotzdem, das Ganze ist flüssig. Das ist natürlich eine starke Geschichte, ich mache das mal rückgängig hier, indem ich das resette. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger als diese eigentliche Verformung, aber okay, da sind wir schon wieder. Und ich nehme jetzt mal einen Pinsel, der realistisch wäre in der Größe, sagen wir mal so. Und was man dann macht, ist natürlich, sich so die Proportionen und alles zurückzuzupfen. Was Sie jetzt nicht sehen, wenn ich hier so in kleinen Schritten arbeite, wie flüssig das geht, das kann ich Ihnen mal zeigen, indem ich einfach hier wild durchs Bild vorwerke. Da kommt es zu keiner Verzögerung. Machen Sie das mal in den früheren Versionen, da verlieren Sie den Spaß dran. Also, das wären die zwei Optionen, die jetzt über die Grafikkarte laufen, das Transformieren und Liquify. Eine weitere Möglichkeit, die Grafikkarte einzusetzen, ist ein jetzt in Photoshop CS6 Beta neuer Filter. Den gab es früher nur in Pixel Vendor, was heißt nur, dort wurde er auch über die Grafikkarte prozessiert. Und das ist der Ölfarbefilter. Der nennt sich hier Oil Paint. Und wenn ich den mal aufrufe, der ist auch sofort live hier in der Anzeige. Und ich kann hier mal die Stilisierung ganz nach rechts ziehen, auch das hier. Ich habe hier eine Lichtrichtung, die ich einstellen kann und einen Schein. Ja, und wenn ich jetzt hier den Scale noch erhöhe, dann habe ich so einen malerischen Effekt. Ich kann die Pinseldetails noch rausfahren. Aber Sie sehen das in dieser Zoom-Stufe jetzt vielleicht nicht so gut. Deswegen zume ich mal auf 100%. Dort sieht man genau, was dieser Filter macht. Er stilisiert das Bild. Und das kann man dann hier fein abstimmen. Und Sie sehen, auch hier kommt sofort ein Feedback von der Oberfläche, weil das auch über die Grafikkarte prozessiert wird. Ja, das wären drei wichtige Verbesserungen. Eine weitere werden Sie feststellen, wenn Sie viel malen und dafür den Mischpinsel einsetzen. Und hier haben Sie eine ganze Reihe neuer Presets. Die neuen Pinsel, die abnutzbaren Pinselspitzen. Weitere Möglichkeiten finden Sie hier in diesem Werkzeugmenü, wenn Sie hier auf dieses Zahnrädchen klicken. Da können Sie eine ganze Reihe neuer Vorgaben wählen. Beispielsweise nehmen wir hier mal die Künstlerpinsel. Und da sage ich OK. Und dann habe ich hier eine ganze Menge, die ich verwenden kann, um ein Bild zu malen. Zum Beispiel um mit diesem Pinsel hier etwas zu verschmieren. Und ich zoome dazu mal rein ins Bild. Und verschmiere hier jetzt einfach mal einige Details. Und auch hier werden Sie feststellen, das Ganze ist deutlich flüssiger als in den früheren Versionen. Ich habe jetzt hier natürlich eine falsche Option eingestellt. Deswegen mache ich es mal rückgängig. Ich möchte nicht die rote Farbe ins Bild machen, sondern ich möchte die Originalfarben verwischen. Und dann kann ich beispielsweise jetzt hier einfach das Ganze malerisch gestalten, was dann auch ein bisschen realistischer aussieht als dieser Ölfarbefilter. Ja, und auch hier, wie gesagt, ich kann hier durchs Bild malen. Und der Versatz, der ist wirklich minimal oder nicht vorhanden. In dieser Größe natürlich merkt man das dann doch wieder ein wenig. Aber in den Details, wenn Sie hier so malen, in den Größen, da haben Sie auch eine ganz neue Performance. Also Performance, ein wichtiges Stichwort in Photoshop CS6 Public Beta. Vielen Dank.